Da waren wir auf der anderen Seite oder waren wir hier? Ich überlege, ob ich noch mal eine Runde drehe, dass ich ein bisschen einschere. Oh, bravo. Drehend, drehend, drehend weiter, drehend Drehend, 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 drehend ich bin gespannt abend zum schiff hin und wie eingeparkt hat mein auch ein bisschen ein bisschen gezogen hier ist nichts kaputt ob an der geschichte in bildern der drei von feuer verschlangenen die schädelten in nordosten kein wuchs und die norden norden ist hier wie bist du jetzt auf der indel oder norden 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 3 rinne moment hier geblieben freundlich Ich habe zwei verschlungene Schädel, hier erst drei. Hier haben wir einen Baum oben. Ach der Baum. Ich dachte hier vorne bei dem. Ja. Hier, weil hier die... Guck dir, also da sind. Die sind auf jeden Fall schädlich. Ich dachte, die sind bei dem Bild, deswegen. Ich hatte ja nur die Schädel. von drei feuer aufgemalt die anderen das instrument überwiesen aber eine geschichte von bildern der drei vom feuer verschlangen schädel doch drei schäden aus kein ding vor allem das treffen hier so schön die durchgang oder höhle keine ahnung wahrscheinlich auch nicht zu sein was gefunden Musik Scheint, es scheint kein Fußball zu sein. Toll. oh warum fahren wir da jetzt die letzte was wir das sind jetzt oh oh allein allein was und die nie geblieben das spurt der tod die kolonne gar nicht mal lange braucht die wahlgeschichte plage und kommt entschieden im norden Ah Geist! Womit? Wasserstehende sind natürlich blöd. Womit? 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 Ja... Ja... Weil das kann ja kein Fall sein mit den Ausbrüchen. Warte mal, ich mach Musik und du kommst ja mal... ... 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 Hallo, da sind wir wieder. Ich sehe da was mit drei Totenschädeln. Ja, auf dieser Zeichnung sind nur drei Totenschädel. Meine beiden Baum da hinten waren wir ja auch schon. Ja, wir werden es ja auch. Ja, wir werden es ja auch schon mal so rum. Ja. Ja, wir werden es ja auch schon mal so rum. Ja. 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 Da müssen wir hier jeden einzelnen Song durchgehen. Blödian. Blödia. Blödian. Blödart. Blödial. 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 Der Insel mit Wohlsieb und Gesang machst du an dem umschlagigen Trampengang bei Föhrung in die Posten nach Opa. Das war was anderes. Bitte? Okay, ja gut, ja gut, die Falschen gar komisch. Ja, wunderbar ist es nicht. In Südosten. Hey, hast du keine Ahnung? Oh nein, ich. Wir haben zwei Sachen. Nummer zwei. Rätsel überwiegsvoll. Ach Gott. Wir hören den Ton hier auch noch von zwei Küsten erteilt. Das war genau von, was man sagt. Nee, nee, nee. Geht doch mal die Mission. Dann hast du ja... Haben wir diese Flaschenpass? Nein. Die zweite Reihe. Das sind beides Rätsel überwiegsvoll. 2 und 3? Ja. Das, was du gerade in der Mission hattest. Ja. Das, was du gerade in der Mission hattest. Das, was du gerade in der Mission hattest. Der hat mich gegen die Dinger. Soll ich gegen die Dinger sehen. Schlauch, du Arsch. Ich schlauch die Dinger. Du darfst nicht schlauch. Ey, wohnt das die? Ey, wohnt das die hin. Wie? Da fangen ja zwei Schiffe an, wobei die sich glückkämpfen. Ah, du Schädel. Oh, oh. Das ist natürlich schön, ne? Hm? Das ist natürlich schön jetzt, das mit uns beiden und... Nein, nein. Die haben sich gegenseitig... ...verkämt. Ich glaube, die sind weniger interessant. Ich habe jetzt einen Schädel, also... ...der leuchtet. ...vorsorge, ein Hai. Äh... Weil, da weiß ich jetzt auch nicht, wo die sehr doofe dreizeit ist. Das ist ein Schiff. Ne, das ist ein Schiff. Ein, 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 das ist ein Schiff. Ich geh schon, ich geh schon, ich geh schon. Ein, das ist ein Schiff. Hier ist aber nichts, was ich reparieren muss. Umschauweise. Oh, Glück gehabt. So ein anderes Schiff ist gerade untergegangen, oder? Oder so und da so ein Bögen zieht. Ne, die, die schwimmen um die Insel rum. Die schwimmen. Das ist aber krumpfunggemacht. Ah, das ist ein Witz jetzt. Ah, das ist ein Witz jetzt. Einfach, ich lass den Schädel da liegen. Sollen die den gleich mitnehmen. Das ist mir auch scheißegal. Äh, warte. Das Schiff macht sich in die Richtung jetzt auf. Oder dass sie sich jetzt aus dem Staub machen hier. Oh, musst du wissen. Das ist eher ein Blick als ich. Ja, die bekämpfen sich immer noch mit dem anderen Schiff da. Und es geht in die Wölge direkt von der Insel hier. Also, die bleiben aneinander dran, die beiden Schiffe. Achso, die sind aber klar, die sind rum rum. Aber nur um die Insel. Genau, die haben sich in die Insel rumgekämpft. Ja, gut. Haben wir ja auch gewählt, dass sie einen dann in der Kurve gemacht haben. Das war einfach nur... Was soll ich mal lieber? Ja. Schlicht. Okay, sie sind aber schon verschwunden. Zurück zum Richter. Dieses Schiff. Ne, das war unser Boot. So, was du davon hattest. Das schwimmt da auch mehr rum. Hm. Wo ist denn dieser... Wo sind diese Ding? Äh... Lange, ey. Wollten den Nutzer nun ist auch mal weg gewesen. Da. Da ist es weg. Wahrscheinlich aufgebraucht. Wollt. Da ist es weg. Na, ich komm mal zu dir hoch. Nein, ich stehe gerade noch an der Küste und ich veroberte die Stückesigkeit. Die haben wieder aufgetaucht, aber die kreisen wir noch mal wieder. Vielleicht im Blick. Au. Hm? Hier ist ein Heater. Gut, dieser Heater wurde durch ein... Bekon? Äh, ja, Geysieren gekliffet. Und ich werde auch fast wieder... ...wurde scheiß Geysieren. Oh Gott, oh Gott, oh nein, oh Gott, oh nein. Mission erhalten und noch mal drunter. Hey! Oh, ich wollte auch hoch mal zwei. Den sitzt hier auch nicht. Wo ist denn der Schei, sag mal? Ich glaube, der mit dem Vulkan ist das hier nicht. Ich habe so ein Bild mit dem Vulkan. Wir sind sehr weniger. Ach, du bist am Schiff, okay. Scheibig brenne. Ah, Mann ey, das ist so nervig mit dem... Ach, ich sterbe gleich. Oh, was hier überhaupt schön ist. Aber mir nix zu fressen. Ich bin gleich tot. Ja. Das ist so. Er hat diese Brücke, über die du vorhin, glaube ich, gegangen bist. Ja, genau. Oh, jetzt bin ich hier in dieser Untergrund. Über keinen Hügel. Oh, komm. Oh, komm. Ach, das kommt immer noch nicht auf. Das ist doch ein Seil hier. Ja. Und praktisch haben wir zwei Seil. Von daher, wir müssen halt mindestens das von beiden irgendwie auslösen. Ja. Die müssen schon, glaube ich. Oh, ja, da lohnt ihr ja noch ein bisschen. Ähm, wir kommen jetzt damit. Ja. Es ist Dicks Holz haben wir gleich. Ehe, es gibt das. Hier ist schön Wasser. Oder auch mal einen Augenmark, aber... Lalalalalalalalalalalalalalalala. Sehr genau. Ich sehe sehr viel. Interessant. Äh... Das auch nicht. Das war... Da steckt mich mal hier oben. Ich würde mal sagen, mit dieser Ansicht gehe ich mal ganz kurz in die Pause. Dann wäre ich gleich wieder da. Ja, ich kann euch ja ein bisschen unterhalten, was er da sieht und... Ich habe mich gerade immer oben hingestellt und mache keine Musik und... Ja. Ach so. Ja, ich schaue gerade... Und sie tschuldiger, sie rausbrechen. Ja, ich schaue gerade auf die Insel, deswegen. Und das Huhn meldet sich. Na gut, bis gleich. Das ist sehr viel. Ja, ich schaue. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020